Wird dein Rücken immer rund, wenn du in den Langsitz gehst oder versuchst, den sogenannten Pancake zu machen? Dann habe ich jetzt genau die richtige Übung für dich. So, das Problem bei beiden im Intro gezeigten Übungen ist, dass die Schwerkraft uns nur sehr bedingt hilft und deswegen wir das Becken nur sehr, sehr schwer nach vorne bekommen und das ist der große Schlüssel. Vor allem beim Pancake, wenn wir in der Grätschposition sind, der Oberschenkelkopf hat nur adäquat Platz, wenn ich mit dem Becken nach vorne komme. Es gibt noch die Möglichkeit, den Oberschenkelknochen etwas auszurotieren, das schafft auch ein bisschen mehr Platz in der Hüfte, aber am Ende des Tages ist der Schlüssel, das Becken nach vorne zu bringen. So, jetzt kommt die geniale Übung. Dafür verwende ich jetzt erstmal zwei Paleo-Chairs, aber keine Sorge, auch wenn du keinen Paleo-Chair hast, was eine ziemliche Schande ist, also zwei sollte ja jeder haben, auf dem kann man ja so wunderbar gesund sitzen und auch noch Übungen machen. Vielleicht kommen hier auch noch ein paar Sitzbeispiele, werden hier nochmal eingeblendet, aber wenn du keinen hast oder keine vergleichbare Erhöhung, du kannst die Übung auch auf dem Boden machen, keine Sorge, es ist nur ein bisschen schöner, wenn man erhöht ist. Wenn du im Gym bist, findest du vielleicht zwei Plüoboxen, diese großen Holzboxen, wo du es drauf machen kannst. Und was wir brauchen, ist etwas Gewicht, zumindest wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind. Vielleicht stellst du gleich fest, oh hoppla, da kriege ich zu viel Zug auf den Innenschenkeln, dann lässt du das Gewicht weg. Bitte hör auf dich. So, also jetzt kommt direkt die Vollversion, ich gehe hier auf meine Paleo-Chairs drauf, richte die Füße nach vorne aus, nehme mein Gewicht und weil ich jetzt hier so schön weit oben bin, kann ich die Arme gestreckt lassen, versuche das Becken schön nach vorne unten zu kippen und jetzt, das ist jetzt der große Unterschied zum Sitzen, hilft mir hier die Schwerkraft wunderbar, mein Becken nach unten zu bringen. Ich würde vielleicht auch hier mal ein bisschen Zeit verbringen und einfach mal mich aufs Becken konzentrieren und mit der Ausatmung mal das Becken schön nach vorne unten zu drücken. Eins, einatmen, nachgeben, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und dann fängst du mit der Bewegung an, versuchst übers Hüftgelenk zu arbeiten, mit geradem Rücken dich aufzurichten und mit geradem Rücken wieder nach vorne zu kommen. Der Anspruch ist immer das Becken mitzunehmen. Wenn du am Schluss ein bisschen einrundest, kein Problem, das ist am Anfang ganz normal, aber versuch möglichst, wie gesagt, über die Hüfte zu arbeiten. Nicht hier im Rücken. So, Variante am Boden. Gehen wir auch vielleicht mal eine Progression zurück, machen es ein bisschen leichter. Ich gehe in die Grätschposition, ich überkreuze meine Arme, ich lasse mich nach unten hängen und arbeite auch hier erstmal am Becken. Immer Fokus, Becken nach unten kippen. Ja, und danach gehe ich übers Hüftgelenk rauf und runter und danach belade ich es mit Gewicht. Wir sind hier auch in der Kategorie Loaded Stretching unterwegs. Da ist es immer sinnhaft, mit zehn Wiederholungen zu arbeiten, womit wir bei der Dosierung wären und drei bis vielleicht sogar fünf Sätze zu machen. Loaded Stretching ist the weapon of choice, also die Haupt-D-Methode in unseren Mobility-Programmen für Fortgeschrittenen, die wir unten in den Kommentaren immer gerne anpinnen. Wenn du jetzt hier raus eine sinnhafte Routine machen willst, mach ein kleines Warm-Up vorne weg, vielleicht hier die Froschkniebeuge, Fersen zusammen, Füße ins V-Finger, Spitzen aufsetzen, Knie tippen den Boden an und dann geht es rauf. Davon machst du 20, 30 Stück, um dich ein bisschen einzugrooven. Die Übung ist in unserem Mobility-Programm für Anfänger drin. Wenn du jetzt hier merkst, wow, das geht gar nicht, dann solltest du vielleicht planmäßig und systematisch ganz am Anfang anfangen, wird auch angepinnt und ansonsten würde ich diese Übung auch einbetten in die Good-Morning-Routine, die ich kürzlich mal gezeigt habe und die werden wir hier einfach in der Endcard verlinken. Gib mir gerne ein Feedback, ein Däumchen nach oben für dieses Video. Ich bin an dieser Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!